schatten wir plötzlich weg und der firma wieder irgendwo rum wo ich nicht bin natürlich der schluss mit hilfe für dich ich selbst wieder nicht wahrscheinlich wieder irgendwo stehen wo ich nicht hinschlage das war dezent knapp ja aber der hat mich überrascht wo der boss hin war doch hier noch ein boss und da ist er da wo denn jetzt ist er tot hat mein schatten jetzt alleine gekillt man ist der schatten gut ne ich hab ihnen geholfen ja deine helfe kenne ich schon die bringt niemanden irgendwas es ist toll so eine tour aufzumachen und dann nichts auszuhalten ich schaue mal auf den brunnen und dann schlagen wir den kantor tot ich weiß nicht wie mathematiker ne hab dann mit c geschrieben das hier wieder so ein heilichtum ja das ist wieder so ein kack ding ich habe es eben auf das heißt es heißt nur ein bisschen anders ja die heißen alle so ein bisschen anders aber ich glaube nicht dass es dann irgendeinem was gibt da ist keine Station da ist ein Schatz hier sind Gegner da bin ich angekündigt aber ich habe zum Glück mal einen Schatten dabei endlich mache ich mal ein nützliches dabei in dem Spiel hätte sie in Diablo 1 gegeben hätte ich das auch so durchgespielt ach das ist noch ein Boss der ist tustig ich bringe mal ein wasser um mach der mal Schatten ist weg dann sagst du mir das denn nicht aha falsche Taste scheiße blitze super der 4 steht wieder faul rum macht nix weißt du aber hauptsache erfahrungspunkte einkassieren das ist das wichtigste erkunden die Möpchen unten ich habe jetzt wieder statt 90 Prozent wieso macht das immer noch so viel Schaden voll der Blitzen oh man spielt in Gelb nicht dass ich damit irgendwas anfangen könnte diesem Dreck den keiner will aber ich glaube wir sind ja auch schon wieder durch oder? ja ich warte schon oh hier sind noch Schätze Körbe und Körbe oh Körbe oh Körbe könnte ich weiter spielen so und jetzt muss ich nochmal zum Teleporter laufen nochmal in die Stadt gehen äh noch eine Kiste aufmachen Kirby 64 ich weiß nicht ich weiß nicht gibt es das? glaube ja so wo ist denn der Händler? oh äh äh questlogbuch sehen sie Trevinkel nach dem schwarzen Tempel ja ok so überhaupt noch das vierte Quest ist hier noch irgendjemand in der Quest für uns hallo nicht dass wir das irgendwie verpassen da bin ich schon mal eigentlich in der Quest übersprungen da bin ich schon mal eigentlich in der Quest übersprungen äh ja wir müssen das halt nachträglich nochmal das sieht nicht so aus als hätte hier noch jemand eine Quest vielleicht kommt das ja noch vielleicht kommt das ja noch ich lauf mal kurz rum vielleicht gibt es hier auch in irgendeinem diesen Heiligtumern nee glaube ich nicht kann ja auch sein ich habe es gefunden so da ist sie doch oh Gott dafür sind diese Kackdinger da ja Essenzfolianten ist der jetzt erst da? na fuck das wollte ich jetzt nicht hm also müssen wir da doch ja nee wir müssen ja eh alles machen also lass uns das machen okay dann kannst du so wo sind die alle? und dem Damm Bazar also fangen wir im Bazar an warte mal da an also ich bin jetzt grad Oberkurast warte mal kurz komm mal nach Oberkurast da muss ich nicht warte mal kurz ich gucke jetzt erstmal vergessen Heiligtum vielleicht ist da jetzt nochmal ein Boss oder so gespawnt aber achso bei dem wo wir schon waren ok ja nee aber da ist nichts gespawnt schade hätte es sein können dass wir das schon erledigt haben jetzt plötzlich also vielleicht ist es nur so ein Boss neu spawnt ach aber nee nee ich wusste auch diese Dinger waren für irgendwas waren die doch immer nur so ein Scheiß naja gut waren die nicht aber man muss halt machen ja mein Volksmann ist so behindert macht er was gegen ein bisschen ja so muss ich der letzte in dem man geht oder so oh Gott oh ich lass mal den Schatten mal rein der hat mehr HP jetzt nicht und ist besser gespawnt und hält mehr auf und in Legenda oh und ist tot ja kein Problem wir setzen die einfach das noch ein und jetzt der Spiegel Trick ich mach aus einem Schatten 10 im Mond gegen Kälte ist natürlich nicht gut ok Regulation äh halt kein Gift definitiv nicht ich muss mal raus hier weil man dieses verquickte Gift mich schon wieder leer meint also ich hab kein Gegengift oh wow das halt ja gar nicht ich mach auch mal ein Portal auf ok 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 so uff schon kritisch was hier so zusammen mit der aufzufahren oder hm 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 das Problem ist der Boss dazwischen das Problem ist das Gift ich muss mal wieder raus ja das Gift ist auch scheiße aber auch vereisen können die auch irgendwie noch geil eh öhm soll ja nicht einmal die werden hey dein Soldat hat sich gelohnt ja ja ein bisschen super ich krieg ja nichts gekillt hier ja schwierig aber das halt nicht mal Eis na toll ja für Eis brauchst du ja diesen Eis Zauber also Eistrank gibt's doch auch irgendwie ja es gibt ne Menge ich dachte du bist schon wieder da ich war schon wieder da und dann bin ich schon wieder gegangen nein 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 ach verfickte Scheiße ich wollte noch nie wieder nach oben nach unten gehen ach geil danke Spiel weißt du musst irgendwie 20 mal draufklicken bis er endlich hoch geht und dann hast du einmal zu viel geklickt und dann geht gleich wieder runter weil das natürlich nicht 20 mal klicken braucht hab ich mal ein Zeug? ei 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 nein meine Leiche ich na geil danke lass mich halt nicht raus du dummes Dreckspiel ja jetzt brenne ich wieder mein ganzes Geld weg ach komm fick dich doch hab ich mein Zeug ja danke super jetzt wird eine halbe Stunde Tränke überlegen ja geil ich kann mir nichts schöneres vorstellen spielen ich will da irgendwie 50.000 oder so durchgelassen komm mir nicht weg ach das Problem ist halt ich bin sofort eingefroren und dementsprechend total langsam im Angriff und dazu kommt das Gift das macht es auch nicht besser nee Kälte und Gift nicht mehr mehr nicht mehr hine Die Heidringer sind praktisch nicht in der Lage, mich gegenzuhalten gegen dieses Gift, das schaffen sie nicht. Es gibt doch keine Möglichkeit, dieses Gift mal abzustellen. Also ja, wenn du die Existenzen durch den Himmel knüppelst, dann musst du auch erstmal irgendwo hernehmen. Die Gegengifte sind einfach nur ein Witz. Ach geil. Die kannst du nicht ernst nehmen. Achja. Ich trau mich da gar nicht mehr runter zu gehen. Wieso nicht? Kein Wunder, dass ihm nichts geht. Komm mal her und mach mal was. Ja, mach ich jetzt noch. Super, du musst halt alle 2 Minuten, alle 2 Sekunden. Du bist schon wieder weggelaufen oder? Du darfst nicht vom Eingang weglaufen. Du musst immer ein Kind leer sein. Ja, mein Schatz geht schon den Boss hier an. Also. So. Im normalen sind tot. So bleibt der Boss. Der ist erstaunlich einfach. Sehr schön, wenn da nicht nochmal sowas kommt. Ja, Fleischhäle geht. Vergiften nicht. Alles gut. Der ist ja gut drin. Ich bin wirklich noch drin geblieben. Wie, aber. Details. Was haben wir da so drin? Nix. So ist das jetzt mein Schattentot? Ja gar nicht. Ja gar nicht. Ja, das ist ja gar nicht. Was ist denn da so drin? das geht ja gar nicht schatz spinnen ich glaube spinnen solange die kein gif machen die machen aber gut die normalen ja irgendwas muss ich vorhin ja mehrfach vergiftet haben als nur die normalen in der nähe waren oh gott was ist da nix warum fährt es mal her bringt flächenschaden mit ja moment die flächenschaden mit ich will übrigens wieder gegner mit ja geil und ich kann das gift wieder nicht gegenhalten jetzt muss ich wieder weg gehen in die stadt teleportieren und gegengift mir geben lassen es gibt keine andere möglichkeit das war klar ja ich wollte nicht zum eingang laufen schlissen läuft ja wer weiß so bin ich halt gestorben aber toll aber die gegner sind trotzdem halben meter nur weg vom eingang ja stehen wehs nicht ganz davor das ist doch scheiße ich muss ja nicht handeln ich muss mich ja nur heilen lassen von dir ja ein oder das ist ja wahrscheinlich ist das ding das wir suchen nicht mal da drin wahrscheinlich wäre aber schön wendend, weil dann hätte sich das gelohnt vermutlich ist das so programmiert, dass es automatisch im letzten ist nicht mal ein starker heiltring schafft das ich glaube nicht, dass die heilgeschwindigkeit da große unterschieden macht nee, darf der nicht, ich habe es gerade ausprobiert na ich meine generell, dass das nicht viel unterschied macht so, lager heiltrang, heilt schneller als guter kommst du mal oder willst du da weiter drumrum stehen und mich verrecken lassen ich bin vergiftet ich nehme mal das gegengiftet, so wie ich das buch gerade getroppt ist okay in schatten achten, und... okay endlich hat es aufgehört doch nicht, ich bin immer noch vergiftet die Aufnahme läuft noch also noch mehr, egal ich muss echt vergessen, ich muss in die stadt gehen so Gegengift kaufen, das bringt zu viel Fleischjäger gehen Fleischjäger gehen ich will taugen die Clown, Jungs und weiß weiß ja nix oh ja Vielen Dank.